Hallo, wir sind hier aus dem Sichtel! Der verteilt Geschenke und ist weiß-rot. Der hat einen roten Umhanger und hat eine Mütze. Der hat einen Stab dabei. Der ist rot, unten ist es weiß und oben hat so ein Baumilkopf, der ist auch weiß. Und hat einen ganz langen weißen Bart. Er hat ein goldenes Bruch. Wenn Kinder unbrauch sind, dann schlägt er sie und steckt sie mit in den Sack und trägt sie mit raus. Bis hierhin habe ich Ärger gekriegt. Und bei meinem großen Bruder, der hat auch Ärger gekriegt, da hat der Röprecht ihn auf den Po gehauen. Ich fffe Prü端 und da hat Dampf in der Nähe getroffen. Danke, dass ihre Trödem in die Nähe getroffen sind, das ist mein Er stellt ein Hecht.